Die Deagel Challenge Wingman! Super für Deagel, glaub ich. Äh, genau. What a little pussy! Er trifft mich nicht. Holy shit. Achso, ich hab Glock! Boom! Dann ist er ab und da muss man im Leben einfach mal BAM! 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 Kann ich, äh, Main rausflaschen? He yo! Dan-dum-bam-bam-bam-bam! He jo! Dan-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun! Ihr seid? Der ist wieder bei Stop-Sign! Nice! Oh, Electric und... Electric und Öhm... Con! Ich geh bei Poppy runter. Woll mal Double Drop machen. Ich glaub nicht, dass wir es bei denen müssen, oder? Ich glaub, die sind zu langsam. einfach weg mit den stinkern ich glaube ich bin vor allem gespannt wie die das jetzt machen mit ihren waffen waren sobald die waffen kaufen sie eigentlich gibt der ist schon bei möglicherweise schon bei elektrik ich denke ich dachte der geht hoch und er steht irgendwo rum aber nicht da wahrscheinlich war der von anfang an hinten also der muss irgendwie durchgerannt sein für elektrik oder so und hatte ich dann gleich gesehen wie du hochkrabbelst wollte ich dann holen weiß jetzt wo sie direkt zwei runden verloren haben reicht es genau der ist mit der scout wieder dahinten gewesen eben hier durch problemlos anser problemlos ich würde jetzt direkt ans halt gehen willst du das ding ich sehe ihn einfach nicht ich sehe immer nur so ein stück von ihm ich geh jetzt über den zu ich fall auch noch ich weiß nicht aber mit der wo man hat in main vielleicht der ist ja durchgegangen nach hinten naja der ist bei und train ich könnte schwören der ist hierhin gelaufen aber ich bin mir überhaupt nicht sicher ich musste jetzt auf hundertprozent sicherheit gehen dass ich dritte gehört da wo du glatt standest habe ich die ak vorhin direkt getroffen weil sonst wäre mir noch mal ein bisschen auf den sack gegangen ach du scheiße ich krieg so krasse dinge ja ich glaube jetzt haben sie genug die wissen dass sie verlieren wenn sie die gewaltt spielen ich komme zu dir ich habe den erbkommodiert erst mal drin ich bin zu ak gewechselt nach der flash ich konnte nicht schießen elektrik zwei schluss ich habe den 18 geworfen habe deswegen auch genau inhalt an und sehe dass du da reinguckst mit der akka in der hand ich denke schon wieder so knappes ding auf dem zug man merkt da hätten wir normale waffen die werden so weg wir sind limitiert auf unsere doodles da kommt die rum ist noch so ärgerlich du machst jetzt einen ganz frechen entry die gladshot und ich mache dann den zweiten mit zwei schluss hoppy immer noch ich bin geliefert ok hat sich mehr ergeben das ist ein guter ja mach ich warte ja ahja vielleicht geht er zurück ja der hat gleich voll fokussiert nein wie viel schuss wie viel treffer fuck ach nur 1 2 oder nicht ich glaube 2 aber ich steht 41 in 1 aber vielleicht war es die runde davor nichts muss die gewesen sein ein paar unten haben wir geworfen schade schade Bis zum nächsten Mal.